Hallo, hier ist wieder der Analyst und ich bin wieder fleißig am Kisten öffnen. Mal gucken, ob wieder was Gutes drin ist. Fangen wir an. Also ich habe heute schon drei eingelöst. Oh, Kentsch! Was haben wir noch? Kann ich immer was Gutes kriegen? Ah, noch kein Legitore. Infos von der Liga. Ich muss mich nicht gestehen, also. Die habe ich gleich ausprobiert. Was haben wir noch? Trennschliffen von der Rüße. Die haben wir schon mal hinter den Vancouver veröffentlichten Skins. Twitch habe ich schon. Nivea glaube ich auch. Der Vancouver an Mu fehlt mir noch. Oh, Kopflimit. Aber ich sehe hier gerade, brandheiß. Noch ein Icon. 1.457.000 Einflusspunkte. Ob es da noch was gibt. Symbole. Oho. Aber nichts. Nur für... Augen. Nope. Alles klar. So, dann... Solange die laufen. Bis morgen. � Mal. Mannes rein.